Ich bin kein Arschloch, ich bin kein Arschloch, schon gar kein Rechtsradikales, will keinem in die Fresse hauen, so wie die Frau Nahles. Und ich weiß, Herr Kahrs, dass sie das ärgern muss, ich hebe meinen Arm nicht zum Hitlergruß. Ich bin ein ganz normaler Mann und bei der AfD war bis 2009 Wähler der SPD. Doch nun bin ich geheilt, das mit uns ist vorbei, leb wohl ehemalige Volkspartei, leb wohl ehemalige Volkspartei. Das war es, Herr Kahrs, das war es, Herr Kahrs. Ich bin kein Arschloch, schon gar kein Rechtsradikales, will keinem in die Fresse hauen, so wie die Frau Nahles. Und ich weiß, Herr Kahrs, dass sie das ärgern muss, ich hebe meinen Arm nicht zum Hitlergruß. Ich bin ein ganz normaler Mann und bei der AfD war bis 2009 Wähler der SPD. Doch nun bin ich geheilt, das mit uns ist vorbei, leb wohl ehemalige Volkspartei. Das war es, Herr Kahrs. Das war es, Herr Kahrs. Das war es, Herr Kahrs.